Kommen wir zum Ende dieses wunderbaren Kongresses. Wir hatten vier Tage und noch viel mehr Tage in Planung, Aufbau und Organisation dieser ganzen Assembly, dieses ganzen Urbids hier. Wir hatten ein tolles Programm, glaube ich, und müssen jetzt leider alles wieder abbauen, was wir so mühevoll aufgebaut haben. Aber ich fand es großartig, hier zu sein. Das Programm war toll, was wir auf die Beine gestellt hatten. Unsere Redner waren toll und ich möchte einfach vielen Dank an alle Helfer und Speaker sagen, die sich hier beteiligt haben. Möchtest du auch noch was sagen, Monique? Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank nochmal an alle. Danke euch.